Hallo ihr ranzigen Pfandflaschensammler. Wollt ihr wissen was mir passiert ist? Ja natürlich wollt ihr das hier kleinen Pilzbakterien. Also zunächst einmal wurde ich Zeuge von brutaler Polizeigewalt. Und zwar gegen die Polizei. Oh nein. Passt auf da ist einer auf der Straße. Da ich ja eigentlich die ganze Zeit Ärger mit der Polizei habe, zum Beispiel weil ich deren Donuts klaue, habe ich mittlerweile einige Taktiken herausgefunden. Haha, hier schafft ihr es nie rüber. Bestes Versteckunggift, muhahaha. Ihr Keksdosen wisst ja bestimmt schon, dass ich sehr gut Auto fahren kann. Ich kann aber auch perfekt packen. La 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 la. Perfekt. Vergewaltigung. Weil mir die normalen Autos zu langweilig wurden, habe ich es mal mit einem unsichtbaren Wagen probiert. War perfekt. Was soll jetzt schon schief gehen? Oh ach ja, ihr hässlichen Kloschrubber. Ich habe auch eine neue völlig legale Abkürzung entdeckt. Aus dem Beck dufer Zaun. Lohl. Rufel. XD. Was ein Trottelzaun. Hahaha. So, das war's dann auch wieder ihr Trolle. Ich hatte nur einige Probleme, als ich das erste Mal eine Abkürzung gesucht habe. Aber seht selbst. Wie immer die Softdachlosen. Immer nur Ärger am Suchen. Haha. Ich mach dich kaputt, Brotto. Oh. Ich sehe, dass du längst Dinner consulting währenddachlose bist. W- Wie marks. Was.